Ja, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Scoomy. Hier geht's direkt weiter, Leute, beim Spieler gucken, denn wir haben das ja lange nicht gemacht und... Ist das das erste Mal nach dem Vibe, dass wir Spieler gucken? Bin mir grad unsicher. Jedenfalls, äh, ihr seht selbst. Wir sind bei der Wurst gelandet. Oh, scheiß Wetter. Wir haben's 10.40 Uhr, also gleich 11 Uhr, vormittags. Und wir haben wie viel drauf? Über 30 Spieler. Ja, der Vibe hat den Server ganz gut getan. Die Leute sind wieder ein bisschen motivierter als sonst. Wir hatten ja auch vier Hotfixe, ne? Dann kam der Vibe. Einmal wieder eine Grundreinigung gemacht. Alles wieder sauber hier bei uns auf dem Server. Äh, hier ist eine Burg, ne? Mensch, ist das dunkel, Leute. Ich seh hier gar nichts. Scheiß Hintergrund blendet auch noch da quasi. Hier am Wohnen ist. Na, und heute hab ich mir gedacht, jo, was machst du denn jetzt? Also, mein Schar ist quasi ja noch gerade auf der Erde aufgeschlagen von letztes Mal. Aber ich hab gedacht, äh, nee, das hab ich zweimal gespielt mit meinen Banditen. Jetzt hab ich mal wieder Lust, die Spieler zu gucken. Und hier ist ein dickes Blumenbeet, was aber, ja, in Anführungsstrichen Unkraut züchtet. Hat er keine... Ne, das scheint ihm wohl nicht zu gehören, weil er versucht ja irgendwie reinzukommen. Das ist so, so dunkel, Alter. Muss ich jetzt echt nachts nicht machen wegen diesem Kackwetter hier? Was soll das? Wo ist er denn jetzt hin? Der lad ich ja auch zu Fuß. Ich hab auch noch kein Auto gefunden, wie gesagt. Nur das Boot von letztem Mal. Ja. Schnupfen wird langsam besser. Aber 100% auch noch nicht. Also, ich hab auch gedacht, ich bin ein bisschen... ...dass das alles ein bisschen schneller geht, ne? Ne, ist das wirklich so, ne? So 10 Tage oder sowas hängt man da mit so einem Rotz wieder rum, ne? Mann. Aber ich hol mich so ganz gut nebenbei. Kein Stream, da spare ich ja im Moment so ein bisschen. Ja. Und... Hatte mich nur gefreut, wo ich gestern Abend dann noch geguckt hab, wie viel auf dem Server sind. Unsere Twitch-Zabbis, die, die uns hier bei Twitch zappen, ne? Die haben ja mehrere Vorteile. Und unter anderem können die den Counter im Discord sehen, ne? Wenn du den Discord anmachst, dann siehst du gleich, wie viele Spieler hier online sind, ne? Und dann stand da auch schon 60, 60. Also, das war gestern voll quasi, war cool. Und Hans Fros muss ich jetzt erstmal ausruhen. Also hat's doch was gebracht. Vier Hotfixe und ein Vibe. Um den Server mal wieder ein bisschen in Gang zu bringen. Ja. Ja, ansonsten kommentartechnisch. Oh, ist ja nicht so viel los hier bei mir, ne? So viele Leute schreiben irgendwie gar nicht. Keine Ahnung. Vielleicht... Ja... Haben sie nicht dieses Interesse, was zu schreiben. Keine Ahnung. Die gucken zwar alle Videos, ne? Aber die sind alle schreibfaul. Ähm... Und... Es ist aber doch wichtig, dass man ab und zu mal, wenn man hier was fragt, ne? Dass da mal ein bisschen Feedback zurückkommt. Ansonsten müsst ihr nicht jammern oder maulen, ne? Wenn ich hier ja dann knallhart mein Protokoll durchziehe, ja? Hm. Ich geb' ja schon den Leuten immer die Chance hier so ein bisschen mitzuwirken, ne? Aber das passiert dann meist tatsächlich nicht, ne? Und dann... Ähm... Ja... Müssen sie sich nicht wundern, wenn das alles so aussieht, als ob das immer nur nach meiner Nase geht. Obwohl ich denen ja wirklich den Freiraum geb, immer hier ein bisschen was mitzugestalten, ne? Oh, ist das ein Kackwetter hier. Aber kann man doch was sehen im Video, Leute. Hm. Das ist ja traurig jetzt, ne? Eigentlich bin ich ja gut gelaunt. Aber bei dem Wetter jetzt hier, das ist ja Dreck. Bei mir draußen ist ganz gefroren wieder alles, ne? Wir haben noch keinen Schnee gehabt hier im Norden. Aber immer Eisschicht, ne? Immer alles vereist und... Oh, ich hab jetzt keine Lust hier raus. Und Auto wieder kratzen und dann ist dieses... Enteiser ist dann auch leer und sowas, ne? Und dann denkst du auch... Äh... Obwohl, ich müsste mich mal wieder bewegen langsam, weil der körperliche Zerfall, der beginnt ja irgendwann nach ein paar... Nach nur wenigen Stunden oder Tagen, wenn du die ganze Zeit nur drinnen hockst, ne? Fängt ja der körperliche Zerfall an. Und das ist dann ein bisschen Nervtöten, ne? Da müsste es noch irgendwie ein Mittel geben, dass das... Weiß ich nicht, dass das irgendwie nicht passiert, so. So, Johnny Jejo. Der ist verweifelt hier irgendwie am Hafen, sehe ich gerade. Ich versuche mal eben die Nachtsicht anzumachen. Ist das besser? Irgendwie... Beide Ansichten scheiße. Das eine wieder zu doof, zu hell und so. Und das andere wieder zu dunkel. Naja, er versucht hier noch irgendwie seine Wohnung da zu gestalten anscheinend. Und Hans vorerst schlägt sich von hinten an. Wir gucken einfach mal weiter. Sind ja genug Spieler online am frühen Morgen hier schon. Da fährt auch schon der gute alte Neo. Er hat das Glück, eines Autos gefunden zu haben anscheinend. Ja, hier in der Nähe vom Leuchtturm bin ich ja auch gerade unterwegs. Wenn ihr Autos habt... Ja, die auf dem Kopf fliegen oder auf der Seite liegen oder sowas. Also die verschwinden wohl jetzt auch irgendwie nach einiger Zeit dann, ne? Muss man mal drauf achten. Das ist ja wichtig, damit sich der Server nicht vollmüllt, ne? Und du gleichzeitig ein neues Auto dann irgendwo auf der Karte kreist, weißt du? Deswegen. Das war ja vorher ein Bug. Aber das sollen sie ja gefixt haben, ne? So, der Neo hat auch eine Strandhütte gebaut. Sieht bestimmt richtig schön aus hier. Aber, liebe Freunde, ihr seht es selbst. Bei dem Unwetter hier. Das ist aber echt ein bisschen übertrieben jetzt hier, ne? Obgleich das für die Leute, die jetzt schon ein Blumenbeet haben, ja gut ist, ne? Man muss dazu sagen, diese Blumenbeete und sowas, dann kannst du dir das Gießen sparen. Wenn du, naja, quasi vernünftige Symptome einleitest mit deinem Blumenbeet halt, ne? Bis zu 2,3 Liter oder so passt da rein. Und dann, wenn die Blumenbeete voll sind, dann kann auch langsam wieder die Sonne kommen, ne, Neo? Das ist hier neblig und düster. Das ist ja gruselig. Auf wenigstens hat er ein Auto, ne? Der gute alte, wie heißt der, Bulli? Das ist frisch gelandet hier im Eisland oder was? Naja, im Eisland ist Regenschnee. Und deswegen finde ich das tatsächlich hier ein bisschen angenehmer, als diese Regenwelt da hinten. Weil hier ist ja genau das gleiche schlechte Wetter, bloß das ist irgendwie wirklich angenehmer, ne? Vielleicht Handriss deswegen ja auch immer im Eisland hier, ne? Weil das schlechteste Wetter, was es geben kann, ist dann das hier. Wenn dann noch ein paar Blitze dazukommen. Also das Schlimmste ist ja diese Blitze, ne? Die haben sie so hell gemacht, die stören dann ja wirklich, ne? Die sollen sie einfach wegregulieren. So toll, so viel, so oft, ist auch nicht Gewitter immer. Das ist ja auch nicht so, ist das ja eher selten eigentlich, ne? Gewitter immer. Und wenn, dann reicht dann nur drei Blitze oder sowas, ne? Muss auch gut sein. Und ich hier die ganze Zeit, buch, 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 buch. Also du Stroboskoplicht vor dir hast quasi, ne? Ich mach dann immer aus, ne? Also mir ist das zu blöd mit diesen Blitzen und Blinken. Aber im Moment ist ja alles in Ordnung. Hier blitzt und blinkt dann gar nichts, deswegen... Okay, da war, glaub ich, grad einer. Deswegen können wir hier den Bulli... Gemach, Gemach. Ja, hier, schon wieder geblitzt, ne? Jetzt bin ich drauf eingestellt. Jetzt fällt mir dieses blöde Blitzen wieder auf, ne? Das ist genau das, was ich meine. Aber früher war das noch penetranter, Alter. Guck mal, das waren jetzt drei in der Zeit, wo ich aufgepasst hab. Und mir das grad aufgefallen ist, so richtig, ne? Und früher war das noch schlimmer. Sonst hätte ich das gleich gemerkt. Im Moment geht's noch. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber... So toll, dieses... Das ist ja auch kein natürliches Blitzen, dass die ganze... Alles auf einmal hell wird, total weiß. Ne? Sondern du siehst da oben so ein bisschen Blitz da, ne? Und dann in den Wolken können sie das ja so ein bisschen hell machen, mit so einem Blitz da oben langziehen. Dann reicht das auch. Also diesen Schrottwetterkram brauchen wir gar nicht so doll hier reinmachen. Und wie gesagt, es ist in keinem Gewitter, wo du dann die ganze Zeit weiß vor den Augen hast und so. Also das ist so ein Unreihliches und Blödsinn. Ich weiß nicht, wie sie die da sowas mal machen. Ich denke mal, das ist technisch gesehen so ein blöder Filter, den sie da immer wieder ab und zu einblenden. Viel zu oft, ne? Aber das ist nach wie vor ein Problem von Scoom. Hier gibt's ja noch einige Probleme bei Scoom. Was ich auch hasse ist... Ähm... Wenn ich mir die Drohne einlogge... Oh, da ist es anderes. Guck mal, wenn man vom Hanti spricht, ne? Wenn man mit der Drohne einloggt, dann macht die als erstes immer gleich Lärm, ne? Was soll das? So ein Quatsch, ne? Also wenn du denn da Spieler um dich hast, dann wissen die genau, dass ein Admin eingeloggt ist. Ja, total dämlich. Also finde ich auch bescheuert. Das sind so viele Kleinigkeiten, die mir auf den Sack gehen hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wurden ja auch schon einige Sachen verbessert. Ja, ihr habt's gesehen, da links ist Assassine. Ähm, ist aufgefallen, er ist schon öfter aufgeploppt. Bei den Hunters, ja? Ihr wisst es, wir haben ja jetzt einen Hunter-Zugang. Ja, und die Leute, die mich unterstützen auf YouTube mit der Mitgliedschaft, die sollen auch ein Bonbon dazu kriegen, ne? Wenn du Goldstatus bei mir abschließt, dann hast du den Premium-Zugang als Bonbon um drauf. Wenn du eine Stufe höher abschließt, das ist der Platin-Zugang. Da habe ich mir jetzt den Hunter-Zugang, äh, Platin-Status, da habe ich mir den Hunter-Zugang jetzt einfallen lassen, ne? Also immer so, dass du ein Bonbon irgendwie noch dazu kriegst, ja? Weil, ähm, grundsätzlich sind die Dinger ja eigentlich dafür gedacht, dass du supportest. Das ist eine Spende, das ist freiwillig und da kannst du gar nichts verlangen oder irgendwie sowas, ne? Nun habe ich mir halt gedacht, ja gut, wenn die, wenn die supporten, dann können sie auch irgendwie so ein Bonbon kriegen eben, ne? Und, ja, deswegen, guck mal, hier sind Schränke. Was ist da los? Hier wohnt Hanti? Nee, echt? Ja, scheint so, ne? Ist das ein selbstgebautes Haus hier? Ich dachte eben schon, das wäre so vom Spielen, ne, so eine Angler-Hütte oder so. Das sieht sogar ein bisschen ähnlich aus wie diese Angler-Hütten, ne? Maestro, was macht er hier? Hängt in der Hängematte oder was? Der merkt es gar nicht, dass er gerade ausgespäht wird. Genau, klopft mal. Es fehlen noch Elektronen in den Klingeln, ne? Ach, da geht's rein? Das ist so dunkel, ich sehe das gar nicht. Aber ich mache mal Nachtsicht an. Aber das kann mich schon ein bisschen besser sehen, ne? Ah, er bewegt sich da oben. Das Fenster vergessen, obwohl hier ist eins. Aber da kannst du auch schlecht rausgucken, ne? Der läuft weiter. Er trainiert gerade mit dem Baumstamm auf die Schulter. Deswegen, das sehe ich an dieser, dieser Hand irgendwie. Achso, guck mal, er baut da oben weiter. Schön, schön. Waren wir mal gespannt, ne? Waren wir mal gespannt, wie das hier sich so entwickelt, was die Leute alles so bauen. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, diesen Hunter-Zugang aktiviert, das geht alles automatisch. Ihr müsst einfach nur auf meinem YouTube-Kanal hier Platin-Status aktivieren und dann bei mir in Discord YouTube verbinden, ne? Und dann geht das alles automatisch. Dann habt ihr Zugriff auf die, die Hunter-Edition. Und dann seht ihr, wer wem hier killt und sowas. Und wo ihr, äh, wo ihr denn killt und so, ne? Und da ist mir gestern aufgefallen, der Assassine, der ist da öfter als Killer irgendwie unterwegs. Der hat ein paar Leute, glaube ich, gekillt. Und das können die ganzen Hunter denn sehen, weißt du, ja? Und das ist schon gut. Und nicht nur wer killt, sondern wie gesagt auch wo, ne? Und das ist eben das Interessante. Du weißt genau, welcher Sektor gerade ein Killer ist, weißt du? Oder beziehungsweise wo gerade eine Leiche liegt, ne? Die du vielleicht finden könntest. Wenn man jetzt, ähm, ja, als Leichenfledderer unterwegs ist. Oder was auch immer halt, ne? Oder du bist halt gewarnt. Das sind halt die drei Sachen, ne? Angreifer, Fledderer oder halt, ähm, dass du lieber in Deckung gehst, ne? Da ist ja doch der Killer. Guck mal, der hat auch einen Totenkopf da vor der Glumse. Das ist beim Händler gerade hier in der Eiszone. Das sollte der PvP-Händler ursprünglich werden. Dann geht es aber, wie gesagt, alles nicht. Wir haben das Konzept geändert. Da ist der Lümmel. Ja, und wenn ihr jetzt Hunter-Zugang habt, dann habt ihr das auch gesehen, dass er hier ein paar Leute, glaube ich, gekillt hat. Aber noch andere auch noch, ne? Mir ist nur aufgefallen, sein Name war irgendwie in letzter Zeit öfter da. Ja, man sieht es ja, sind PvP-Zone hier in der roten Bereich unterwegs. Und da wird dann immer gescannt, wer wem killt und auch im gelben Bereich. Nochmal zur Erklärung für alle neun. Wir haben drei Schwierigkeitsgrade hier bei uns auf dem Server. Das hier ohne Farbe. Das ist leicht. Ne? Die gelbe Zone, das ist mittlere Schwierigkeit. Das heißt, hier sind Nahkämpfwaffen erlaubt. Also, ne? Ich kann an der Tod boxen, ich kann an der Tod kloppen mit einer Keule oder sowas. Ja? Das Konzept von früher, das gibt es nicht mehr, das geht ja nicht, leider, ne? Es funktioniert halt nicht so. Also, vergesst das Konzept, was ich eigentlich für die 0.8 geplant habe. Mit Purge-Zone und PvP-Händler und, ja, dass das Überleben wichtig ist. Dass das Essen in dem Vordergrund ist, war ja meine Planung ursprünglich. Das ist alles Quatsch jetzt. Das ist weg. Das ist weggebackt hier. Das neue Konzept ist einfach jetzt, wir haben drei Schwierigkeitsgrade. Ne? Mehr hat das hier nicht auf sich mit den Farben. Ja? Ihr könnt überall jederzeit hin und her daddeln, wie ihr wollt, ne? Ihr müsst nicht in einem Bereich sein oder sowas, ne? Wenn ich jetzt einen Killer-Bock habe auf Killer sein, dann kannst du von hier direkt in die roten Zone. Nur, das ist halt zur Markierung, damit ihr Bescheid wisst, in welchem Bereich, wo was denn abgeht, ne? Also, gelb ist Nahkampf mit Keulen, Schwerter, Echsen und so könnt ihr euch da zerfetzen, ja? Aber keine Schusswaffen, ne? Deswegen ist das mittlerer Schwierigkeitsgrad. Und ja, in der Mitte hier, das rote ist klar, da ist alles erlaubt, von Minen auf Sprengen und Pfeil und Bogen und Werfen und Schießen sowieso und Raketenwerfer und Granatwerfer, was es auch alles hier gibt, ne? Also, das volle Waffenarsenal ist in der Mitte hier freigeschaltet, dann wisst ihr einfach Bescheid. Der Vorteil ist aber auch, dass diese Leute mehr bauen können, ja? Also, das ist so als Bonbon halt. Du kannst tatsächlich jetzt theoretisch als Squad, müsstest du hier zum Beispiel das Bootcamp für dich in Anspruch nehmen können. Also, das könntest du theoretisch einbauen und so und dann versuchen zu verteidigen. Das hat den Hintergrund, weil hier ist ja das Meaning, das Bombenlegen und sowas ist ja alles erlaubt. Das heißt, also rehen darfst du hier. Du kannst hier die Spielehäuser platt machen. Das ist alles erlaubt, ne? Und nach wie vor muss ich auch nochmal kurz darauf hinweisen, wenn ihr hier auf leicht spielt, dann seid ihr trotzdem angreifbar über eure Fahne zum Beispiel, ne? Also, wenn ihr eure Flagge müsst ihr ersetzen, um bauen zu können. Dann baut ihr ein Haus und dann, wenn das Haus steht, müsst ihr eure Fahne oder Flagge direkt dann ins Haus reinstellen oder eben vorher einfach einbauen, ne? Dass da keiner rankommt, weil es ist schon vorgekommen, dass hier ein paar Flaggen zu Anfang schon gleich irgendwie eingenommen worden sind, ne? Und das ist halt dann ärgerlich, weil du musst sonst immer, solange die Flagge frei ist, musst du jeden Tag gucken, hat die jemand berührt. Meistens ist das so. Dann siehst du, das wird übernommen oder sowas, dass da irgendjemand deine Fahne berührt hat. Und dann musst du sie selber nochmal eben anklicken und also dies übernehmen irgendwie abbrechen oder so, damit das wieder deine Fahne wird. Und dann baust du sie halt also, wie gesagt, ein. Schützt eure Fahne, das ist ganz wichtig, das ist sonst, äh, das müsst ihr halt lernen. Sonst verliert ihr eure Basen und so auch in den anderen, in allen Bereichen, ne? Die Fahne ist immer angreifbar, egal welches Level du hast, deswegen. Aber das kann man ja verhindern, indem man sie eben einbaut oder eben entsprechend vernünftige Symptome einleitet mit einem Haus, wo du sie reinstellst. Das ist ja gar kein Problem, muss man eben nur dran denken, ne? Die Fahne ist halt noch so ein wichtiges Bestandteil im Spiel, halt, ne? Obwohl ich, glaube ich, gehört hab schon so ein bisschen hintenrum, dass das vielleicht nicht mehr funktionieren wird mit Fahne einnehmen irgendwie. Weiß ich nicht, mal gucken, wie sich das soweit entwickelt. Das neue Entwicklerstudio, was da jetzt mit, ähm, unseren Entwicklern hier zusammenarbeitet, zusammen sind die ja der ganze Haufen irgendwas mit 500 Leute, das müsste schon einen ganzen Push geben. Also wenn die neuen Entwickler, äh, die Skummler jetzt so doll unterstützen, sich da wirklich drauf fixieren auf das Spiel hier, äh, dann kriegen wir da auf jeden Fall ab 0.8 jetzt einen Boost. Und der ist ja auch nötig, wir haben ja gesehen, dass hier wirklich das, äh, hab ich ja schon vermutet, das schaffen die ja gar nicht alleine. Na, bis 1.0, das wird sogar in zwei Jahren, schaffst du das doch gar nicht, wenn ich die Entwicklung jetzt sehe. Also das musste wohl so sein. Und wie gesagt, muss man ja nicht nur negativ sehen, sondern es kann ja auch gut sein, dass wir eben eine ganz schnellere Entwicklung jetzt hier bekommen und vielleicht, wenn was rauskommt, nicht so viele Bugs da drin haben, wie wir es halt im Moment leider gewohnt sind. Ja gut, ähm, wenn da so ein Bug zu sein scheint, dann versuch ich mal was, was man da machen kann. Jo, ist klar. Jo, ist klar, jo, ist ein Bug, muss ja ein Bug gewesen sein. So, Schuko ist auch wieder da, Johnny, Johnny, da waren wir doch eben schon. Die Wurst haben wir doch auch schon gesehen. Ähm, hast du, das ist die Stadt, ja gut, die ist wirklich irgendwie gut besucht. Das ist aber immer so, hier ist ziemlich viel Treppe. Es kommt, glaube ich, mein Putzroboter da rein, aber ich hab die Tür zugemacht, keine Angst. Der stört uns jetzt nicht direkt. Äh, nö, komm, da läuft Spooky lang. Hat noch kein Squad, man sieht's, ich hab das immer aktiviert, dass man das auch sieht, dass wer, wer wo im Squad drin ist, ne, also ganz klasse gemacht. Und, äh, ja, das ist der Vorart hier von dem Händler. Da hinten, der ist der Händler und deswegen ist hier immer viel los und die richten sich hier ein und sowas, ne. Ja, ist halt so, kann jeder machen, wie sie, wie sie wollen, das genau, ne. Nur eben, ähm, ähm, also, wie gesagt, hier ist ein bisschen die Baubeschränkung so ein bisschen aktiviert, ne. Also, ihr könnt wohl ein Zimmer mieten oder sowas, kein Problem, aber jetzt hier alles zubauen, so wie früher, das geht nicht mehr. Da wir ja das, äh, den Serverbetrieb ja auf, ja, ähm, Automatikmodus umgestellt haben, ne. Automatikmodus bedeutet für die Neulinge nochmal, ja, mei, guck mal, da hinten ist ja mei, wo ist er jetzt hin? Ach, rausgeflogen, guck mal, da hat er einen Unfall gebaut. Ne, doch, jetzt wieder hin. Terra Nova auch, man sieht, die beiden gehört zusammen, ist Quatt. Äh, oh, die schieben gerade hier das Ding da, das hat keinen Motor. Ja, gut, ähm, dann ist das wegen der Ausdauer, ne. Ja, dann läuft er einfach weiter. Die Aufgabe ist, ähm, die Autos, die ohne Motor sind, die müsst ihr zum Händler schieben, weil nur der Händler kann einen Motor da einbauen, ne. Ja, und das, genau hier bin ich mit Lea langgegangen. Kannst du dich noch entsinnen, Lea? Und wir waren hier, also da sind wir lang, wir waren aber auf dieser Grasseite hier. Mal gucken, also ich würde das jetzt eigentlich ganz gerne, äh, sehen, wie, ob die das schaffen. Ja, ist ein Zombie da vorne, tatsächlich. Ah, das Wetter wird auch schon besser hier. Man merkt, die Laune, äh, die Laune steigt. Er schießt mir in den Bogen. Zombie sauer. Zombie dauer. Ähm. Ah, da kommt noch ein, nein, hab ich gleich gesehen. Ja, Jamai sagt, ja, ich zeig dir das mal eben kurz hier, Junge. Mit deinem Spannelbogen hier. Und dann brettert er mal kurz direkt das Gesicht zwischen die Ohren weg. Und seine Knarre. Wieso hilft er denn nicht schieben? Das ist ihm auch noch ein Problem, ne, also. Ich, ich kann manchmal ja nur den Kopf schütteln. Ne, ich mein, der Wagen wurde jetzt ja schon ein bisschen mehr, äh, mit Hotfixing ins Visier genommen. Das ist auch gut so. Warum? Das ist der einzige Wagen, den es im Spiel gibt. Die anderen haben es alle weggenommen. Ja, Problem ist bloß, ähm, dass das noch nicht funktioniert. Sie haben nur einen Wagen ins Spiel geholt mit dem neuen Patch, ne. Und der ist defekt. Der funktioniert nicht. Und das ist halt ein Problem. Und, äh, als Spieler merkst du das dann irgendwann, ne, warum irgendwas nicht geht und sowas, ne. Und hier ist jetzt das Problem, das Schieben so funktioniert jetzt ja, ihr seht's, aber da hinten kommt gleich eine Steigerung. Lea kann sich auch dran erinnern, ähm, wo wir dann plattgehauen worden sind von zwei Zombies, weil wir bei, wir hingen da irgendwie dran an den, an den Auto und dann kamen die Zombies und haben uns dann zerfetzt. Die sind ja auch sehr stark hier bei uns am Server. Und da sind wir schon nicht hochgekommen. Wir mussten hier rechts abbiegen. So, jetzt gucken wir mal zu, ob er das schafft. Und wir waren zu zweit, ne. Lea und ich haben geschoben. So, pass auf. Mal gucken. Ich, wir wollen das mal gucken, ob die das schaffen. Weil der Hintergrund ist, du, äh, obwohl du zu zweit bist und sowas, du schaffst jetzt nicht, den kleinsten Berg irgendwie hochzukommen. Du schaffst jetzt nicht, den kleinsten Berg irgendwie hochzuschieben. Und, äh, du musst aber zum Händler kommen. Ja, und wo ist der Händler? Da hinten hinter dem riesigen Berg, da, siehst du? Also, da kommst du, da kommst du doch nie hin. Was macht er denn da jetzt? Das ist jetzt auch wieder ein Bug oder sowas, ne. Guck mal, das geht ja normal gar nicht. Es ist ja wunderbar, dass sich das gerade für uns alle aufnehmen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Lea, da haben wir wieder was gelernt, ne? Der sitzt sogar noch auf dem Dach und macht nix. Das ist so alles, das ist so verbuggt, das ist wieder so Quatsch, ne, oder? Also, guck mal, wenn du reingehst, ohne Motor, dann schiebt er den Berg hoch, aber wenn du zu zweit schiebst, dann schaffst du das nicht über diese kleine Schräge rüber, ne? Und Lea und ich mussten nach rechts abbiegen. Und das hier ist noch, das ist doch, das ist noch nicht mal eine richtig tolle Schräge. Guck mal da hinten, der Berg, Alter. Seht ihr, wie hoch der ist? Der Berg da. Also, total, äh, das Gelände manchmal, ne, ist total grottig. Und die meisten Autos, die man findet, die haben keinen Motor und dann musst du sie da hinten schieben. Also, das ist ja wirklich Blödsinn. Wie kommt ihr denn bloß auf sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Wie bei den Feuersteins, ne, so Flintstones, mit den Plattfüßen da, ne, da durch und dann laufen oder... Weil die sitzen ja auch in den Autos und dann sind die Füße halt irgendwie auf die Straße drauf und das ist halt dämlich. Ja, aber guck mal, ihr seht selber, also so geht das anscheinend wohl doch den ganzen Berg rauf. Aber der hätte das doch die ganze Zeit gleich machen können, oder nicht? Obwohl das ein Tick langsamer ist als schieben, denke ich, ne? Deswegen hat er das so gemacht, okay. Naja, macht das schon ganz gut, scheinen Profis zu sein. Die haben wohl schon öfter ein Auto gerettet. Und das ist wahrscheinlich das Ding, was wir schon hatten, ne, was wir nicht weggekriegt haben und so. Also, das ist so... Na, und dann nervt mich das einfach, Leute. Es nervt mich, dass du trotz zwei Leute den kleinsten Berg nicht hochschieben kannst. Warum ist das so gemacht, so dämlich? Als nächstes nervt mich das. Du kannst das Auto, wenn du es einmal umkippst, auf die Seite legst, auf ein Dach legst oder auf einen Stein rauf fährst, dann hast du dein Auto verloren. Genauso doof, ey. Ich meine, das muss man doch als Entwickler sehen. Und das sind so kritische Fehler. Ja, weil die haben ja alle Autos weggenommen. Das ist ja der einzige Wagen, den sie uns gegeben haben. Und der funktioniert nicht. Ja? Und das, finde ich, eine Sauerei. Du kannst dich da nicht mehr anstoßen. Früher haben wir gesagt, hier, kannst du mich mit deinem Auto mal eben kurz rammen. Und dann flog dein Auto da vom Stein runter und dann kannst du weiterfahren. Das geht alles nicht mehr. Du kannst nicht mehr schieben, du kannst das Auto irgendwie nicht mehr rammen und so, ne. Und diese duslige Wagenheber, da kannst du auch nichts mitmachen. Da kannst du nur Sachen ranbauen oder abbauen. Aber nicht schieben oder schubsen oder irgendwie sowas. Und da verstehe ich nicht, das musst du doch gesehen haben. Das ist doch eine logische Sache, dass alle Spieler dann sauer werden. Weil jeder will fahren und jedem fällt das dann auf. Diese Welt ist voller Steine hier, Leute. Steine und Wurzeln und Büsche. Und wenn du da dann hier langfährst und da raufkommst oder so, dann hast du dein Auto verloren quasi. Und die versuchen sich über Wasser zu halten, die Spieler durch andere Bugs. Weil das ist ja auch wieder ein Bug, Leute. Das kann ja nicht so normal sein. Und deswegen finde ich das ganz gut. Ich zeige euch das jetzt alle so, ne. Weil es ist in meinem Interesse, dass wir alle Autos haben. Und dass die Karte hier nicht sich vollmüllt mit irgendwelchen Autos, die keiner benutzen kann. Das ist ja Blödsinn, ne. Und vielleicht finden wir nochmal irgendeinen anderen Bug oder so, der die Autos wieder umdreht. Wenn du dich auf dem Kopf gemauelt hast, auf der Seite liegst mit dem Auto. Das ist so albern, ne. Das ist so albern. Jetzt geht es bergab, ne. Das weiß ich. Dann kann man auf jeden Fall kullern. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Das habe ich auch schon probiert. Das funktioniert sehr gut. Aber die schwierige Stelle kommt da vorne gleich, Leute. Aber gut, wir wissen jetzt ja, wie die da so lang eiern, ne. Schade, dass Balea und mir da Zombies kamen. So dicht waren wir schon beim Händler, ne. Und dann so dreckige Viecher, die uns da so schnell kaputt gemacht haben, dass man gar nichts mehr machen konnte. Also ehrlich. Und zwar ist es so wieder zugegangen. Dann haben sich Leute beschwert, dass sie keine Autos kaufen können beim Händler. Ich habe da, glaube ich, irgendwie versucht, das mal höher zu stellen. Müsst ihr nochmal prüfen. Ob das dann so jetzt gefruchtet hat und das jetzt funktioniert, dass ihr mehr Autos kaufen könnt, ne. Weil solange das System immer so kaputt ist, ne, bringt das nichts. Da müsste ich eigentlich die ganze Karte löschen. Oder das irgendwie so einstellen, dass die heile Autos finden und keine kaputten. Weil wenn das Schiebesystem und so alles noch grottig ist, ne. Weil ich habe überwiegend nur Autos gefunden ohne Motor, halt, ne. Und ohne Motor heißt, wie gesagt, du musst zum Händler kommen. Na, du kannst das nicht vor Ort reparieren. Das ist halt immer das Problem. So, Leute. Ich habe jetzt, ähm, euch auf jeden Fall gezeigt, wie das hier geht. Wenn ihr da Fragen habt, die beiden Knilche hier, Terranova und Mai. Ja, Mai! Hey! Die könnt ihr dann mal anhauen, ne. Guck mal, so funktioniert das ganz gut. Da waren Lea und ich schon plattgehauen. Ja. Wir sind dann hier irgendwie hoch, ne. Und dann haben die Zombies uns sozusagen verfetzt. So, jetzt hau, rock, hau, rock. Das zieht natürlich Ausdauer. Wenn die Ausdauer leer ist, lässt der Schar automatisch das Auto los, ne. So, mal gucken, wie die sich entscheiden. Also, ich würde nicht rechts hochfahren, sondern geradeaus da über den Dings rüber. Über den Rasen. Und dann hinten rum, ne. Weil das da ist ein steiler Berg. Aber wir lassen uns mal gucken, wie die das jetzt hier lösen. Ich will das nochmal eben kurz sehen, Leute. Aber die Folge ist auch schon wieder vorbei, quasi, ne. Das frisst ja so viel Zeit hier, das... Ist aber wichtig, weil das Autoscheißkram hier... Das Autosystem ist halt wichtiger Bestandteil vom Server. Beziehungsweise vom Spiel. Deswegen fand ich das ganz gut, dass wir das so sehen. Also, pass auf, guck mal. Er steigt auf die Beifahrerseite halt ein. Jetzt drückt er F1 und geht jetzt zum Fahrrading rüber. Der andere Spieler entfernt sich rasch. Und jetzt macht er den unsichtbaren Motor an und fährt da jetzt hoch. Total albern, Alter. Ja, gut, mit der Taktik, also ich weiß jetzt nicht, wie steil das werden kann, ne. Aber ihr seht selber, wie steil das da ist. Also, wenn diese Taktik kein Problem mit der Steigerung hat, dann kann er da wirklich lang fahren. Ansonsten hätte ich gesagt, natürlich hier drüber. Guck mal, wenn du hier lang fährst. Hier einfach rüber. Rüber, rüber, rüber. Hier ist der Weg. Und dann fährst du nach rechts da zum Händler. Siehst du das, wie das schön runter geht? Und die fahren da den Berg hoch. Also, die fahren eigentlich eine unsinnige Strecke, ne. Aber müsst ihr selber wissen. Ich wäre hier mit Lea hier lang gerauscht. Und dann hätten wir das Auto gehabt. Sie rotzt Zombies. Sie regen mich immer noch auf. Und da konntest du dann auch nicht mal was machen, ne. War so schnell kaputt gehauen. Weil du hängst ja auch am Auto dran und so. Und dann kloppen die dich und alles, ne. Naja, ist halt so das Spiel. Oh, die haben gerade keine Zombies gekriegt. Hier, Frech halt. Na, die sind ja auch im Schummeln und Cheaten hier. Okay, das dauert eine Stunde, bis die da sind, wenn sie das jetzt so machen. Aber immerhin haben wir gelernt in diesem Video. Ja, dass man ein Auto sehr wohl jetzt auch über diese Berge irgendwie kriegt. In der Form. Auch wenn es albern ist oder so. Aber ihr könnt das gerne nutzen. Das ist bei uns nicht verboten. Solange das Spiel so verbuggt ist und sowas, ne. Ich muss dazu sagen, aber unterstützt euch halt gegenseitig, ne. Ihr wisst selber, wie blöde das ist. Und wenn ihr irgendwas rausfindet, ja. Ich zeig das in meinen Videos ganz gerne. Dann könnt ihr natürlich auch von euch aus so nett sein. Und den anderen Spielern eben auch Bescheid sagen. Auch wenn man so ein bisschen Konkurrenzdenken oder sowas hat, ne. Aber es ist ja nur fair. Ne. Deswegen. Also da soll nicht nur einer irgendwelche Bugs für sich selbst ausnutzen. Sondern dann können alle diese Bugs ausnutzen. Weil anders geht das ja gar nicht. Ist ja nicht spielbar sonst. Das Spiel ist ja einfach nicht spielbar. Kommt da jetzt echt hier die Steigerung hoch oder was? Also das hättest du mit Team niemals hingekriegt hier. Das ist bescheuert. Da kann man echt stundenlang zugucken, sowas beklopptes. Das sieht so aus, als ob er es wirklich schafft, ne. Oder brennt der Wagen da? Oder ne. Das ist sogar Staub aufgewirbelt jetzt. Ja, was soll denn in dem Wagen brennen, ne. Ist ja keine Elektronik mehr drin, ne. Das ist so dumm, ey. Der kriegt das aber anscheinend hin, Leute. Wir gucken nochmal weiter. Ja, hier sind ja unzählige Spieler drauf. Aber das musste ich jetzt so kurz eben ein bisschen länger gucken. Auch, wie gesagt, wegen der Allgemeinheit. Damit wir alle wissen, dass es da einen Trick gibt. Diese Dinger da zu verschieben. Wir sind in einem Kampfgebiet, Leute. Der Nasenbär. Der brettert hier gerade lang. Und da war hier noch irgendwie ein Konkurrent. Ne, das ist der Clunks. Der ist auch bei ihm im Team. Also da wissen wir jetzt schon, dass das keine gegnerischen Einheiten sind. Und die werden sich nicht bekämpfen. Das ist echt klasse gemacht. Da muss man die Entwickler auch wieder loben. Ich war nicht. Ich könnte nicht immer nur eine Schelle von mir hier kriegen. Man muss sich auch ein bisschen aufpäppeln manchmal, ne. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und Freunde, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt. Morgen wieder oder abends im Livestream. Und damn, bi-stern. Und dann sehen wir uns, wenn 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 wir uns